Hallo, dieses Körbchen hier habe ich aus einem Knäuel von der Home gehäkelt und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze gemacht wird, dann bleibt einfach dran. Ich verwende dafür die Wooly Hux Home, sie besteht zu 60% aus Baumwolle und 40% Polyamid, hat eine Lauflänge von 57 Meter auf 100 Gramm, also 100 Gramm sind da auf einem Knäuel und ich verarbeite sie mit Nadelstärke Nummer 7, weil ich sehr locker häkle. Ihr könnt, da müsst ihr euch ran tasten, empfohlen ist sie für Nadelstärke Nummer 8 bis 10, aber das kommt auch immer drauf an, was man daraus macht. Und für das Körbchen habe ich mich jetzt eben für Häkelnadel Nummer 7 entschieden. Diese ist aus der Atti-Häkel-Mappe von Wooly Hux oder Häkel-Strick-Mappe und ein Maschenmarkierer ebenfalls aus der Mappe. Man beginnt das Körbchen in der unteren Mitte, also länglichen Mitte, das ist ja so ein bisschen ein Oval und ich arbeite diese Anschlag-Schlinge und häkle dann 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann häkle ich für die erste Runde eine Luftmasche. Ich lege euch hier eine Rundenzahl hin, damit wenn ihr im Video zurückspulen müsst, dass ihr wisst, wo ihr euch befindet. Eine Luftmasche für die Höhe und in die siebte Luftmasche kommt nun eine doppelte Kettmasche. Dafür einen Umschlag auf die Nadel legen, in die Luftmasche einstechen, den Faden durchholen und durch alle Schlingen ziehen. Umschlag in die folgende Masche einstechen, den Faden holen und durch alle Schlingen durchziehen. Und so macht ihr das in jede Luftmasche. Also in die siebste war ja die erste. Dann in die sechste, fünfte, vierte, dritte. In die zweite und in die erste Luftmasche arbeitet ihr drei doppelte Kettmaschen. Eins, zwei, drei. Ihr seht, jetzt geht es um die Runde herum und jetzt könnt ihr hier den unteren Rand des Luftmaschenanschlags, also den gegenüberliegenden Rand, den behäkelt ihr jetzt ebenfalls mit doppelten Kettmaschen. Und ich nehme hier den Anfangsfaden gleich mit dazu, so ist er dann am Ende schon vernäht. Eins, zwei, drei, vier, 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 und in die letzte Luftmasche, also in die achte, da kommen zwei doppelte Kettmaschen rein. Eins, zwei, und dann schließe ich die Runde mit einer Kettmasche in die erste zusätzliche Luftmasche. So, nun arbeite ich wieder eine Luftmasche für die erste Masche der zweiten Runde und arbeite in jede Masche eine doppelte Kettmasche. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, in die folgende jetzt zwei, in die nächste ebenfalls zwei, und in die nächste ebenfalls. Kettmaschen Das sind die drei doppelten Kettmaschen gewesen, die ich in der ersten Runde in die gleiche Einstichstelle behäkelt habe. Jetzt habe ich eben diese drei wieder mit jeweils zwei Kettmaschen, mit zwei doppelten Kettmaschen behäkelt. So, jetzt geht es wieder auf der anderen Seite weiter mit sechs einzelnen doppelten Kettmaschen. Eins, zwei, drei, vier und ihr seht, ich gehe mit der Häkelnadel so manchmal hinten durch die Masche, weil es dann einfach mit dem Umschlag besser geht. das könnt ihr selbst ausprobieren. Also jetzt habe ich sechs einzelne gehäkelt. Jetzt häkle ich in die folgenden zwei Maschen wieder jeweils zwei doppelte Kettmaschen. Ihr könnt eben hier mit dem Mittelfinger die Masche so etwas vordrücken, dann kommt ihr auch gut durch den Umschlag. In die folgende Masche auch wieder zwei oder ihr könnt die Häkelnadel so nach hinten drehen, dann kommt ihr auch sehr gut durch diese drei Schlingen. In diese folgende Masche jetzt eine doppelte Kettmasche und dann in die Luftmasche eine Kettmasche zum Rundenschluss. Jetzt kommen wir zur dritten Runde. Auch diese wieder mit einer Luftmasche als Ersatz für die erste Masche beginnen und dann sieben einzelne Doppelmaschen. Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben In die folgende Masche zwei Doppelmaschen In die nächsten zwei wieder nur eine Und in die nächste Masche wieder zwei Doppeldeckigmaschen So, und jetzt acht einzelne Doppeldeckigmaschen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht In die nächste Masche zwei Doppeldeckigmaschen Eins Zwei Und in die nächste zwei Maschen jeweils nur eine Und in die nächste Masche zwei Doppeldeckigmaschen Und dann die Runde mit einer Kettmasche in diese Ersatzluftmasche schließen So sieht das Ganze jetzt aus Und jetzt kommen wir zur vierten Runde In der vierten Runde wieder mit einer zusätzlichen Luftmasche für die Höhe beginnen Und dann wieder sieben einzelne Doppeldeckigmaschen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben In die nächste Masche zwei Doppeldeckigmaschen Dann wieder nur eine Und in die nächsten zwei Maschen Wir haben jeweils zwei Doppeldeckigmaschen Einmal Zweimal Und dann wieder eine einzelne Und in die nächste Masche wieder zwei Doppeldeckigmaschen Eine Zwei Und jetzt folgen acht einzelne Doppeldeckigmaschen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht In die folgende Masche zwei Doppeldeckigmaschen Dann wieder nur eine Und in die nächsten zwei Maschen wieder jeweils zwei Doppeldeckigmaschen Und dann wieder nur eine Und in die nächste Masche zwei Und dann ist die Runde beendet Und wir schließen sie wieder Mit einer Kittmasche In die Luftmasche In diese Luftmasche Mit der wir quasi die erste Masche ersetzen In der fünften Runde ersetzen wir wieder die erste Masche Mit einer Luftmasche Und jetzt kommen acht einzelne Doppeldeckigmaschen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht In die folgende Masche kommen Zwei Doppeldeckigmaschen Dann wieder nur eine Dann wieder zwei Dann kommt zweimal nur eine Und nach den zwei einzelnen Kommt wieder Eine Doppelde Dann kommt wieder Eine einzelne Masche Und danach wieder Eine Doppelde Jetzt sind wir auf der anderen Seite Hier kommen jetzt zehn einzelne Doppeldeckigmaschen Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Dann kommt eine Doppelde Dann wieder eine einzelne Dann wieder eine Doppelde Dann zwei einzelne Dann wieder eine Doppelde Und eine einzelne Und nochmals eine Doppelde Eine einzelne Und eine Kettmasche Und eine Kettmasche In die Luftmasche Nun kommt die sechste Runde Wir beginnen wieder mit einer Luftmasche Und neun einzelnen Doppeldeckmaschen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Neun In die folgende Masche Zwei Doppeldeckmaschen Dann acht einzelne Eins Zwei Drei 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 Vier Fünf Sechs Sieben Acht Drei Drei Zwei 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 Drei Vier fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf und eine doppelte. Und jetzt auch auf dieser Seite wieder acht einzelne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann eine doppelte und noch zwei einzelne. Und dann die Runde mit einer Kickmasche schließen. In der siebten Runde arbeiten wir nun die Bodenkante. Dafür eine Luftmasche für die Höhe häkeln und um jede Masche eine relief feste Masche häkeln. Man sticht also von hinten nach vorn und wieder von vorn nach hinten ein, holt den Faden durch und holt den Faden dann nochmal und zieht ihn durch beide Schlingen. Also eine feste Masche, nur dass man zur Reliefmasche einsticht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig. Vierundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig, 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 dre 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. So, nach diesen 48 Maschen könnt ihr euch nun entscheiden, ob ihr hier die Runde mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche schließt oder ob ihr in Spiralen weiterarbeitet und gleich die erste doppelte Kettmasche um die Luftmasche herum arbeitet und so könnt ihr jetzt stets, also so mache ich das jetzt, in Spiralen weiterarbeiten, ohne Rundenschluss und ohne Rundenübergang. Also gerade wenn ihr einfarbig arbeitet, kann man das wirklich sehr gut ohne Rundenschluss machen. Ich zeige euch dann am Ende des Knäuels, wie ihr eine gerade Kante hinbekommt und jetzt könnt ihr einfach rundum diese doppelten Kettmaschen häkeln, bis euer Knäuel zu Ende ist. Wie gesagt, ich habe das mit Häkelnadel Nummer 7 gehäkelt, da wird es eben schön fest. Wenn ihr es etwas lockerer wollt, arbeitet gerne mit einer stärkeren Häkelnadel, das ist wirklich jedem überlassen, wie fest sein Körbchen werden soll. So, ich habe jetzt den einen Knäuel fast zu Ende gehäkelt und bin hier beim Rundenübergang und jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie ich die Kante abschließe, damit sie schön flach wird. Also wie gesagt, bis hier hin habe ich mit den doppelten Kettmaschen gehäkelt, dann häkle ich in die vorletzte Masche eine einfache Kettmasche und jetzt löse ich die Häkelnadel aus der Stinge und schneide den Faden zurück und steche jetzt in die letzte Masche von hinten ein, ziehe die Schlinge an und hole sie auf die andere Seite rüber. Dann gehe ich wieder mit der Häkelnadel aus der Schlinge, komme von der anderen Seite rein und hole den Endfaden durch und ziehe ihn an. Und ihr seht, so ist die Kante wirklich sehr schön und auch flach und es fällt kaum auf, dass hier in Spiralen gearbeitet wurde. Das Körbchen ist auch sehr schön, weil sich hier, also mir gefällt dieser Rand, der sich oben wülpt und so sieht das aus wie eine schöne Brotschale oder was immer man damit machen möchte. Natürlich kann man auch Kosmetikartikel reinlegen oder Schreibtischutensilien. Wie gesagt, da ist eure Fantasie keine Grenzen gesetzt. So, jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie ich die Fäden bei der Home vernähe. Ich schneide sie so meist auf 6-7 cm zurück und dann hat die Home ja innen so eine Art wie eine Füllung. Die ziehe ich raus, das Strickteil ziehe ich ganz zurück und schneide diese Füllung ab. Die brauchen wir zum Vernähen nicht und haben dadurch einen schönen dünnen Faden, der sich hier gut in die Maschen einziehen lässt. Ich ziehe es jetzt hier im Prinzip auf der Vorderseite durch, aber da sich ja die Kante bei diesem Körbchen so leicht nach außen wülpt, ist das eigentlich die Innenseite, die man eben nicht sieht. Und dann ist das hier schon mal vernäht und hier unten, hier habe ich ja den Faden gleich mit eingehäkelt. Hier kann ich ihn gleich zurückschneiden. Ich ziehe ihn aber ein bisschen raus, schneide dann 2 cm ab und hole auch hier diese Füllung raus und ziehe den Faden dann ein. Noch eine kleine Schleife und dann sieht das sehr sauber aus. So, das war's, das Körbchen ist fertig. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, dann abonniert meinen Kanal. Ich stelle immer wieder neue Ideen ein. Dann hoffentlich bis bald, eure Faronika. Bis bald . Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020